Ein Mittelalter-Sandbox-Erlebnis lässt die Fans nach seinem neuesten Gamescom-Trailer in Staunen zurück. Crimson Desert, das von den Black Desert Online-Machern entwickelte Spiel, um das seit geraumer Zeit Funkstille herrschte, bringt Fans seit seinem Gamescom 2023 Trailer zum Jubeln. In dem Fantasy-lastigen Trailer ist von Beginn an zu sehen, dass es sich bei Crimson Desert nicht um ein normales, mittelalterliches Action-Rollenspiel handelt. Der Trailer ist vollgepackt mit Explosionen, Magie, wilden Kämpfen, Wrestling-Moves, Robo-Drachen und schaurigen Schattensamurai. In den Kommentaren zu den Trailern erkennt man den vorsichtigen Optimismus der Community sofort. Nach Desastern wie Forspoken oder etwa der Launch von Cyberpunk 2077 freuen sich zwar viele auf Crimson Desert, finden aber genau so, dass sich das Entwicklerteam möglicherweise etwas zu viel zugemutet hat.